Das Endgame in Skull & Bones schaltet man sehr früh frei. Es ist das Ruder. Viele von euch waren wahrscheinlich schon drinnen. Mit der Zeit wird es immer größer. Wie es im Detail funktioniert, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Dranbleiben lohnt sich. Servus Piraten, willkommen zum nächsten Video. Freut mich mega, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es ums Ruder. Wie das eben im Detail funktioniert, ist das Endgame von Skull & Bones. Und das ist schon etwas größer. Es gibt ultra viele Aktivitäten, verschiedene Sachen zu farmen. Und dass ihr da eben durchblickt, gibt es hier den kompletten Guide. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wird mich mega über den Support freuen. Wie gerade schon erwähnt, wird das Ruder sehr früh im Spiel freigeschaltet. Es gibt aber zwei unterschiedliche Lager, Schmuggellager. Eins befindet sich in der ersten Basis unten. Da schaltet man ja wie gesagt auch sehr früh frei. Auf der rechten Seite mit diesem Oktopus an dem Steuerrad. Und dann, wenn man ein bisschen weiter, glaube ich, im Piratenrang nach oben steigt, eventuell ein, zwei Quests hier unten von dem Schmuggel eben abschließt, dann schaltet sich auch hier oben auf der rechten Seite ebenfalls ein zweites Schmuggellager nochmal frei. Kann man wirklich nicht verfassen. Wird dann einem als Quest in gelb angezeigt. Und das ist, wie gesagt, das Endgame. Am Anfang, finde ich, merkt man nicht wirklich, dass es das Endgame ist. Ich dachte, es ist irgendwas Separates, schon etwas Größeres. Aber es ist, wie gesagt, das Endgame. Und es gibt eben zwei verschiedene Händlerinnen. Einmal an dem ersten Stützpunkt, seht ihr hier. Und eben eine am zweiten Stützpunkt. Und die verkaufen die ganzen Endgame-Baupläne für die besten Kanonen. Und teilweise bekommt man eben auch ein Schiff. Man kann eben dann beim Schwarzmarkt einkaufen mit sogenannten, ich glaube, Achterstücken heißt das. Das sind eben diese Marken oben rechts auf der Seite. Da gibt es zwei unterschiedliche. Die linke heißt, ich glaube, Achterstücke. Habe ich 84 Stück. Und ihr seht schon, dass das Ganze gar nicht so billig ist. Ein paar hundert sind okay. Das sind aber nur Materialien. Wenn ihr wirklich die krassen Endgame-Waffenkanonen haben möchtet, dann müsst ihr teilweise eben sehr viel liegen lassen. Und es dauert auch ein bisschen, bis man das Ganze farmt. Es gibt aber auf jeden Fall auch Tricks, wie man da am besten vorgeht. Ihr seht so unten mal, was das Ganze kosten kann. Hier bei den Bauplänen geht es bis knapp bei 3.000 nach oben. Und wenn ihr noch ein besonderes Schiff haben wollt, kostet es so das Ganze 5.000 Punkte. Und das ist natürlich schon ordentlich. Damit man im Schwarzmarkt einkaufen kann, muss man eben sein Schmuggellager-Imperium errichten. Das fängt am Anfang klein an. Und zwar hier auf der linken Seite mit den Versorgungswegen. Hier kommt ihr nämlich an nützliche, wichtige Ressourcen ran, um eben später die Punkte zu bekommen. Was ein bisschen jetzt seltsam aussieht, auf der rechten Seite oben rechts seht ihr einmal euer Geld, Silber. Aber auch eben die Punkte plus eben wie viel ihr zum Beispiel auch von dem einen Material besitzt. Jetzt hier von dem Zuckerrohr. Das ändert sich jedes Mal ab. Dann seht ihr immer auf der rechten Seite, den Bestand habe ich. Und auf der linken Seite gibt es eben die verschiedenen Kontaktpersonen, die euch zum Beispiel Zuckerrohr anbieten, das ihr benötigt, eben um den Schmuggelhandel voranzutreiben. Oder zum Beispiel auch Mohn. Das wird freigeschaltet durch den zweiten Spot oben auf der rechten Seite, wenn ihr im Spiel ein bisschen weiter seid. Es gibt da eben verschiedene Quests einfach zum Abschließen. Ich muss ehrlich sagen, die hier an dieser Stelle angeboten werden, die sind bei mir irgendwie komischerweise sehr oft verbuggt. Entweder ist der Händler nicht da oder ich kann mit ihm einfach nicht interagieren, obwohl ich genug Geld besitze. Das ist auch relativ kostenintensiv. Und zwar seht ihr hier, was ihr ausgeben müsst, um eben an Mohn oder Zuckerrohr eben ranzukommen. Hier als Tipp, ihr solltet wirklich einen Teil immer versuchen abzuschließen. Schon von Beginn an im Spiel, denn am Schluss braucht ihr wirklich haufenweise Materialien, eben Mohn oder Zuckerrohr, um eben an diese Münzen schneller ranzukommen. Was ich immer zum Beispiel mache, ist immer das anzunehmen, wo man eben zu einem Händler muss. Jetzt hier zum Beispiel, das weiß man mit der Zeit. Ich nehme es auch einfach mal an, zack und reiße jetzt dann eben oben an die Position. Das möchte ich euch kurz zeigen. Das geht auch super schnell. Solange ihr Geld habt, könnt ihr das wirklich in wenigen Sekunden erledigen. Es gibt aber auch Aufträge, wo man dann eben zu irgendjemandem noch hinschippern muss. Das, was bei mir zum Beispiel verbuggt ist. Aber ich schließe eben immer die anderen ab, wo man eben schnell mit der Schnellreise hinkommt. Und dann einfach mit wenigen Klicks. Man muss dann nur zum Händler rennen. Hier habe ich es jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Der wird euch auch angezeigt. Und zwar mit einem Marker, wenn ihr in der Nähe seid. Todesmal abgelaufen ist. Ebenfalls vom Ruder ist leider ein Bug. Man kann natürlich auch irgendwelche Schiffe, denen man was abgeben muss, die zerstören. Und dadurch macht man dann Jagd auf euch. Bei mir ist aber noch nie eine Jagd entstanden. Aber da kann es ein bisschen brenzlig eventuell werden. Und das Ganze ist verbuggt, dass diese Nachricht immer wieder angezeigt wird. Haben vielleicht ein paar mehr von euch. Ihr seht hier schon den Händler. Und zwar kann ich dann hier auf das Schmugglergeschäft eben drauf gehen. Müsste das nur ein bisschen hier weiter gehen. Ich glaube, ich muss mit ihm davor kurz jetzt noch reden. Und dann, bab, einmal zurück. Seht ihr eben hier unten die Quest. Ich zahle 600 Silber und bekomme eben 48 Mon. Und was halt echt krass ist, wenn es an dieser Location mehrere Quests gibt, dann solltet ihr nicht gleich zurückreisen, sondern im Endeffekt mit ihm nochmal reden. Und ihr seht, das ist an der gleichen Stelle. Wunderbar, nehme ich direkt an, gehe zurück und kann es wieder abgeben. Ist ein bisschen lame, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich auch easy. So kommt man schnell an die Ressourcen ran. Und das macht man so lange, bis dieser Händler eben nichts mehr Neues im Angebot hat. Außer den Händlern, den Kontaktpersonen, gibt es eben noch, wenn man die RB-Taste drückt oder R1-Taste, eben noch Plünderungen. Zum Beispiel muss man hier ein Vorplündern, ist natürlich deutlich schwieriger. Das wird wahrscheinlich Stufe 10 aufwärts sein, gibt aber deutlich mehr Mohn. Es gibt aber auch Schiffe, die man zum Beispiel ausschalten muss. Da gibt es dann weniger Mohn, ist dann aber einen Tick leichter. Nun kommen wir zum zweiten Step. Ihr habt die ganzen Materialien und jetzt geht es zur Brennerei. Es gibt zwei verschiedene. Die erste Brennerei mit dem Zuckerrohr befindet sich im allerersten Hub von Beginn an im Spiel. Ihr geht auf Material liefern und wenn ihr dann eben Zuckerrohr habt, das seht ihr auf der rechten Seite, habe ich 200, dann könnt ihr eben das Ganze bestätigen. Sagt zum Beispiel, ich nehme 50 Zuckerrohr und ändere es eben in den, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist rum, genau weiß ich es gar nicht, weißer Schädel rum, war ich ja gar nicht so schlecht. Und dieses Material braucht ihr jetzt gleich, um eine weitere Mission abschließen zu können, um an die Achtermünzen ranzukommen. Die genau selbe Brennerei, nur mit dem Mohnrohstoff, gibt es eben auch hier oben, einfach auf der rechten Seite. Dort ist eben auch, wie gesagt, die Schmugglergeschäfte sind da auch heimisch, nur dass ihr dort eben kein Zuckerrohr umwandelt, sondern im Endeffekt Mohn. Und dann geht ihr hier an den Auftragsregister. Das ist so der dritte Punkt. Und wenn ihr dort hingeht, werdet ihr gleich sehen, dass man zum Beispiel blauer Lotus Opium, das bekommt man aus dem Mohn raus, diese Quest eben annehmen kann. Man muss zu einem Händler und eben dann als Belohnung bekommt man 80 von diesen Achterstücken. Seht ihr unten auf der linken Seite. Ich kann diese Quest zum Beispiel aktuell gar nicht abschließen, denn ich sehe oben auf der rechten Seite, ich habe nur 37 Opium. Also müsste ich jetzt suchen, ob ich genügend Rum zum Beispiel habe. Hier leider auch nicht. Und deswegen muss man eben immer schauen, dass man genügend von den Materialien anfarmt, die dann eben in der Brennerei veredelt, verändert. Und dann kann man eben diese Missionen abschließen und eben dann an die Punkte rankommen. Was ihr hier noch beachten müsst, und zwar, wenn ihr natürlich die Sachen in der Brennerei herstellt, dann müsst ihr sie natürlich auch rausnehmen. Einfach danach einmal kurz draufklicken ins Lagerhaus und dann habt ihr sie auch schon. Wenn ihr auch nur so einen Auftrag in diesem Buch eben annehmt, dann könnt ihr übrigens auch nicht mehr schnell reisen. Ist vielleicht im anderen schon irgendwie passiert, der sich dann gewundert hat, hä, warum kann ich denn jetzt nicht mehr schnell reisen? Warum geht das nicht? Und zwar, weil man eben diesen Auftrag aktiv hat. Wenn ihr wieder schnell reisen möchtet, dann müsst ihr eben ins Questbuch reingehen, euch diesen Auftrag aufsuchen. Ist eben hier und zwar folgender. Hoppla, jetzt ist es aber ganz komisch gesprungen. Zack, hier. Und ihr geht dann einfach auf mehr und löscht eben den Auftrag. Und dann könnt ihr wieder ganz normal schnell reisen. Das, was ich euch jetzt gerade eben gezeigt habe, war nur der Anfang. Richtig geht's los mit dem Ruder Imperium. Das schaltet ihr dann frei, wenn ihr, soweit ich weiß, Piratenrang Fürst eher gesagt eins seid. Dann könnt ihr hier ran und das Imperium schaltet sich frei. Insgesamt gibt es drei verschiedene Reiter. Der erste fange ich jetzt einfach mal an. Das Imperium. Hier ist zu Beginn nur die Rote Insel frei. Und ihr könnt eben hier verschiedene Sachen einnehmen, um euer Imperium zu erweitern. Später könnt ihr auch Afrika freischalten. Kostet ein bisschen. 5000 von den Achterstücken. Und auf der rechten Seite auch nach Indien. Wir beginnen jetzt unten einfach mit der Roten Insel. Und wenn man eben dort unterwegs ist, sollten hin und wieder rote Marker auf der Karte auftauchen. Und dann kann man eben eine Zone eben einnehmen und für sich dann das Lager, die Siedlung, Holzfällerlager und so weiter beanspruchen. Und das stellt dann für euch eben die Achterstücke her. Wie ihr es hier zum Beispiel seht, gerade ist nichts auf der Karte aktiv. Ich hoffe, es kommt gleich was. Ich habe hier zum Beispiel das Holzfällerlager schon eingenommen. Und ich kriege eben pro Stunde 25 Achterstücke. Lagergröße beträgt 45. Also man kann das dann auch zwei Stunden lang circa lagern lassen und dann erst später abholen. Man kann das Ganze verbessern, dass man natürlich mehr herstellen kann. Und natürlich der Lagerraum auch größer wird. Außerdem muss man diese Manufaktur immer wieder finanzieren. Unten eben mit der X-Taste. Und zwar jetzt hier weißer Schädel rum. Kostet 500 Silber. Und dann ist das Ding für eine Stunde aktiv. Ihr schaut immer wieder auf diese Map. Ihr könnt auf sie zugreifen, wenn ihr eben hier im Raum seid. Oder auch ganz normal gibt es jetzt nochmal eine separate Karte. Die heißt eben Ruderer. So müsst ihr nicht immer in das Zimmer reingehen. Und hier werden jetzt die Achterstücke hergestellt. Ihr könnt einerseits eben diese Quests machen, die ich euch vorher gezeigt habe. Das ist PvE. Und hier sind wir im PvP-Gebiet. Und um eben so ein Holzlager zu kommen, muss man im PvP kämpfen. Finde ich nicht ganz so schön gelöst. Am Schluss habt ihr wirklich hier sehr viele verschiedene Lager, wie zum Beispiel auch hier. Das kann man eben einnehmen, das kann man einnehmen, das kann man einnehmen, das kann man einnehmen. Und irgendwann ist hier diese Map wirklich komplett voll. Und ihr bekommt natürlich so massenhaft Ressourcen. Und ich hoffe, jetzt taucht auch gleich nochmal so ein Zeichen auf der Karte auf, dass ich euch zeigen kann, wie das PvP funktioniert. Und links seht ihr übrigens den Timer, wann die nächste Übernahmegelegenheit startet. Und zwar genau jetzt für die nächste halbe Stunde. Links sind jetzt hier ein paar Punkte aufgetaucht. Und ihr könnt dort eben mit der Fähigstaste beitreten. Das mache ich auch direkt. Und hier tauchen natürlich jetzt auch andere Spieler auf. Fünf Minuten hat man Zeit, dort hinzuschippern. Dann beginnt die Übernahme. Ihr solltet auch wirklich pünktlich sein. Denn es ist auch nur eine bestimmte Zeit eben aktiv. Und bei mir war es beim ersten Mal so, dass ich ein bisschen später hingeschippert bin. Die Zeit dann leider nicht ausgereicht hat, dieses Gebiet vollständig einzunehmen. Denn man brauchte eine bestimmte Prozentzahl. Wenn ich jetzt hier das Ganze auch auspacke, seht ihr schon, ist ein anderer Spieler beigetreten. Wir befinden uns jetzt hier, wie gesagt, dann gleich in der PvP-Zone. Ich gebe jetzt hier Gas, dass ich rüberkomme. Und man muss da eben dann die Prozentzahl hochschrauben. Mal gucken, ob ich zuerst da bin. Denn derjenige, der zuerst da ist, für den zählt die Zeit zuerst. So diese Prozentzahl. Und ich müsste dann erst getötet werden vom anderen Spieler. Das ist für ihn zählt. Nur zur Info. Wir sind, glaube ich, jetzt nicht allzu weit weg. Das werde ich mal kurz vorspulen. Ich bin jetzt hier in der Zone angekommen. Es sind noch 13 Sekunden. Dann geht's los. Aktuell befindet sich jetzt hier kein anderer Spieler, der teilnehmen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob der hintere jetzt hier noch reinschippert. Eventuell. Außer er hat es noch nicht freigeschaltet. Das weiß ich auch nicht. Der andere ist auf jeden Fall wieder raus. Und hier beginnt das Ganze jetzt auch schon. Normalerweise sind jetzt hier auch andere Spieler mit dabei. Aktuell bin ich noch alleine. Das ist natürlich ein Glücksgriff. Denn dann ist es eigentlich relativ easy. Es kommen aber auch ein paar PvE-Schiffe, also NPCs, die jetzt hier gleich reinschippern. Und die kann man natürlich ausschalten, weil die eben einen auch angreifen. Sechs Minuten geht das Ganze jetzt hier. Und ich bleibe jetzt eben so lange drin, bis bei mir unten die 100% drin sind. Und dann habe ich eben diesen Außenposten, dieses Lager gesichert. Eben die faltenliche Übernahme hat geklappt. Der Überfall war jetzt hier wirklich richtig einfach. Ihr seht es, bei mir ist gleich abgeschlossen mit 98%. Die Gegner sind jetzt hier nur Stufe 2, teilweise Stufe 6. Und zack, Übernahme erfolgreich. Und nun kann ich zum Beispiel auch auf die Karte gucken. Das ganze Event sollte jetzt gleich hier vorbei sein, nicht mehr angezeigt werden. Und zack, ist es auch weg. Und hier kann ich jetzt eben die Manufaktur wieder finanzieren. Zwei verschiedene Sachen kann ich eben herstellen. Ich nehme jetzt einfach das untere und das obere war es jetzt. Und ihr seht, ich kriege jetzt hier 26 von diesen Achterstücken wieder in einer Stunde. Ihr seht die Lagergröße und ich könnte das Ganze natürlich auch wieder verbessern. Auf der linken Seite seht ihr die komplette Übersicht, was ihr pro Stunde aktuell bekommt. Sind bei mir 51. Und wie viel ich eben schon auf der gesamten Map eingenommen habe. Bis jetzt sind das eben nur zwei Stück. Was cool ist, die Herstellung läuft auch im Hintergrund, aber nur für begrenzte Zeit, bis die Stunde eben ab ist. Danach hält das Ganze an. Muss eben neu Geld rein investieren. Aber wenn man mal eben ja abends noch alles voll macht, kann man es eben morgen am nächsten Tag sozusagen dann looten. Wenn man es looten möchte, ist leider dann auch die Schnellreise deaktiviert, was natürlich wieder ein bisschen schade ist. Bedeutet, wenn ihr die ganzen Münzen, die Achteraugen haben möchtet, dann fahrt ihr eben zu eurem Lager hin. Später habt ihr natürlich sehr viele. Und wenn ihr dann ankommt, interagiert ihr eben und holt euch den Profit, sammelt eben alles. Dann erscheint hier so eine Wette. Und die kann man annehmen, dass man das Doppelte kriegen kann. Man muss zu einem bestimmten Lager. Das kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal machen, aktivieren und beitreten. Und ich werde jetzt eben auf der linken Seite, seht ihr es, anderen Spielern angezeigt. Ist natürlich jetzt hier wieder PvP. Und die können natürlich sich wahrscheinlich jetzt die Münzen dann ergaunern. Ich muss zu einem bestimmten Punkt auf der Karte. Und zwar hier oben muss ich das Ganze abliefern. Mal schauen, ob ich es schaffe. Hier seht ihr das Ganze auch schon. Ich werde angegriffen. Gar nicht mal so wenig. Und ich glaube, ich werde es jetzt auch nicht schaffen, weil ich die Videoaufnahme nochmal gestartet habe. Die Ausdauer ist leer. Das ist schon mal sehr schlecht. Der Kollege ist auch deutlich schneller als ich, glaube ich, mit dem Schiff als meins. Bin zwar ziemlich tanky, aber wenn ich jetzt hier nicht unbedingt blocken kann, wegen der wenigen Ausdauer, dann macht das natürlich jetzt auch nicht viel. Er ist auch noch eine Stufe höher. Und so kann man natürlich ein Risiko eingehen. Versuchen, das Doppelte rauszuholen. Dann kann es sein, man wird eben abge... Und anderweitig kann man es auch nicht eingehen, diese Wette ablehnen. Und dann kriegt man eben den normalen Loot. Muss ganz normal zurückschippern. Ja, ist natürlich jedem selbe überlassen. Der zweite Punkt am Tisch ist die Bestenliste. Da gehen wir auch mal kurz drauf. Es gibt eine wöchentliche Bestenliste. Wenn man eben aufsteigt, seht ihr ja oben, gibt es eben nochmal die andere Münzenart. Mit der kann man auch im Schwarzmarkt einkaufen. Gibt da aber sehr wenig Waren. Das meiste kriegt man mit den Achterstücken. Und es gibt eben auch die Season... Wie soll ich sagen? Die Season-Bestenliste. Und hier seht ihr auch, wenn man eben aufsteigt, dann bekommt man auch nochmal deutlich mehr Münzen. Und so kann man sich natürlich auch mit den anderen Spielen messen. Je mehr Münzen man eben sammelt in der Season oder in der Woche, umso weiter oben ist man. Ansonsten noch gibt es eben auch die Verbesserungen. Und die sorgen eben dafür, dass eben alles nochmal so ein bisschen besser, effizienter funktioniert. Da kann man wirklich einiges freischalten. Das Ganze wird aber in sieben Tagen zurückgesetzt am Ende der Season. Und wahrscheinlich in sieben Tagen startet die neue Season. Da bin ich mir selber gar nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Ob die jetzt wirklich in sieben Tagen startet. Hier steht zum Beispiel, das Ganze wird jetzt hier mit 91 Tagen zurückgesetzt. Da sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Werte. Mal schauen, wann es die erste Season kommt. Muss ich selber nachschauen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr das Ganze wisst. Ich hoffe, ich konnte euch hier alles sauber erklären, wie das Ruder funktioniert. Schreibt gerne in die Kommentare rein, ob ihr das Ganze mit dem PvP gut findet oder eher nicht. Bin ich gespannt. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Und wenn ich mehr weitere Videos zu Skullin, die ich nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.